Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich so einfach ist, aber was ich glaube ich schon ein bisschen festhalten kann an diesem Einfachsein, dass halt einfach wir prägen öfters dieses higher slow und dann fire fast, also auf guter Deutsch überleg dir gut, wenn du einstellst und sei dann aber doch relativ rasch dabei, jemanden wieder hinaus zu befördern, wenn du drauf kommst, dass es nicht passt. Und da sagen viele, inklusive meiner Mutter, dass das unsozial ist sozusagen. Also wie kann man nur, wenn so direkt wieder rausschmeißen und so. Und dem möchte ich wieder entgegenhalten, es ist durchaus, finde ich, sozial. Weil warum? Du hältst wen im Team, der sich da mit seiner Aufgabe scheinbar sehr schwer tut und entweder nicht will oder nicht kann. Und wenn er nicht kann, kann man natürlich probieren zu unterstützen und zu schauen, ob es besser wird. Klar, man muss sicher viele Maßnahmen setzen, um das zu tun. Wenn er nicht will, kann man natürlich auch ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Liegt das am Team? Liegt das an dir, wie du vielleicht das Onboarding gemacht hast? Liegt das irgendwie an der Kultur des Unternehmens? Dann sollte man daraus Schlüsse ziehen fürs Hiring in Zukunft. Wieso hast du jemanden gehirrt, der irgendwie kulturell dann nicht dazu passt? Nicht zum Unternehmen, nicht zum Team, nicht zu dir vielleicht als Führungskraft? Ergänzt dich als Führungskraft vielleicht nicht? Das ist oft ein wichtiger Punkt. Du musst im Team irgendwie komplementäre Fähigkeiten schaffen, sodass sich das Team aber auch mit dir gemeinsam ergänzt. Und wenn das aber alles nicht zusammenpasst und du eigentlich die ganze Zeit mehr Mühe hast, das ist ja für die Person auch nicht gut. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jemand schlechte Arbeit abliefert. Und ich meine, ich glaube, die meisten haben schon ungefähr ein Gefühl, wie gut die Arbeit ist, die sie da abliefern. Und dann kommt ständig irgendwie so, da passt was nicht, dort passt was nicht, das müsste man besser machen, das hätte man schneller machen müssen. Also das erzeugt ja einen enormen Druck, das erzeugt Stress. Und ich kann mir einfach nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das auf Dauer eine Situation ist, die der Mitarbeiter erträgt. Und dann weiß man natürlich nicht, wo kommt der Mitarbeiter her? Vielleicht ist es für die Mitarbeiter eben auch schwierig, diesen Schritt zu setzen und sich selber einzugestehen, okay, das war auch für mich eine schlechte Entscheidung, diesen Job anzunehmen. Entweder bin ich noch nicht so weit oder das passt einfach nicht und ich wollte unbedingt, weil, weiß man nicht, es könnte das Image der Firma sein oder irgendwie dabei sein oder gerade dringend einen Job gebraucht. Oder verschiedenste Gründe könnten dafür gesprochen haben, warum man diesen Job angenommen hat, obwohl man vielleicht selber ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Aber jetzt auch wieder traut man sich nicht, diesen Schritt zu setzen und zu sagen, ja, stimmt, ich sollte mich eigentlich umschauen um was Neues. Und dann ist es vielleicht gut, ein bisschen diesen Tritt in den Hintern zu bekommen und zu sagen, ja, stimmt, ich sollte mir vielleicht erstens nochmal mich selber umschauen, zweitens auch da natürlich wieder in mich gehen und zu überlegen, wie kamst du zu dieser Situation, wie habe ich diese Situation gemeistert, wie gehe ich damit um, dass das ist, ist das etwas, passt dieser Job einfach generell nicht für mich, passt sozusagen dieses Feld einfach nicht, muss ich mir da was anderes suchen für mich selber oder wieso konnte ich dort nicht erfolgreich agieren.